so ist denn wieso gestartet und man sieht so viel wie im Arsch eine Kuh aber naja ich stelle mir hier in verflanken auch vielleicht bringt es hier ein bisschen was ach guck mal unser Freund ist ja gerade umgesprungen so fröhlich so 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 Eindeutig überleben wir hier das Ganze. Das finde ich ja sehr gut. Wo bin ich eigentlich? Hauptsache, es schießt. Es sieht so chaotisch aus, ich weiß, aber egal. Oh. Das ist nicht gut, du. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Eine kleine Pause. Oder auch nicht, oder ja? Oder auch nicht, oder ja? Nein, ich verarschne. Irgendwann hat gerade diesen Windstoß gehört, das war diese eine Windstoß. Bis zum nächsten Mal. Du bist weggestoßen. Funktioniert leider nur einmal. Dann ist ein Platt. Was das denn? So, ba-du-ba-du-ba-du-ba-du-du. Was haben wir denn ab? Du hast eine neue Pflanze. Kohlenkatapult schleudert Kohlenkopf für auf dein Feind. Ruh Mieter und jetzt haben wir es ja das ist wie sich das nächste Mal vor wir sind auch noch wenn ich weiß ich bin so ein Hauptmenü wenn er noch ein bisschen zu haben gucken wie was sie planen zu kaufen können 3000 1000 ja ich mache mir eine kleine Pause können wir uns nicht kaufen hier Hauptmenü was haben wir hier okay ich muss zugeben ich hab ein paar Minispiel gespielt einmal Nusspooling und Spielautomart das ist gut die zwei Spiele sind super gut das ist ein bisschen schwer aber naja vielleicht schalten wir vielleicht mehr aus dann haben wir Rätsel haben wir jetzt Vasenbrecher und ein Zombie als extra weil ich heute so gute Laune habe im Spiel mit Vasenbrechern ja okay das kenne ich hier schon so da bekommen wir den hier hin ganze Reihe voll naja den werde ich ja hier so hinbekommen oh yeah ja so den können wir hier hin tun bam bam so 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 und so da haben wir schon den Pokal das war alles naja gut okay ich bin jetzt mal okay ich bin jetzt mal aber ja okay Das habe ich ja echt gut gemacht. Das ist echt perfekt. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja. Na ja. Komm, verlieren wir ihn. Hallo. Das war ja noch dein Kopf, dann haben wir... Ja. Vielleicht bekommen wir hier noch 5.000, dann holen wir uns die Doppelpflanze. So, dann haben wir noch eine hier dritte Vase. Dann weiß ich hier, wir haben schon mal das. So, machen wir dran. So. So. Hier ein kleines bisschen. Hier so ein Ausschnitt. Hier vielleicht so ein Ausschnitt und hier vielleicht ein Ausschnitt. Na ja. So. Na ja. So. Oh. So. Stand mir das Nimmel neu. Wir müssen hier taktisch jetzt vorgehen. So. Erstmal. Ah, sehr toll. Sehr taktisch vorgegangen. Sehr taktisch vorgegangen. Super Benni. Ist echt super gemacht. Oh, ich bin so blöd. So. Ich bin. Oh. Kann mal alle Pflanzen hier hin. Oh. Ich bin. Ich bin. Und. Ich bin. Ich bin. Wie ist denn? st dann gleich gegen eine umgang haben wir auch den nächsten mal st es gibt so nicht echt alle guten dinge sind ich so Mach ich so, so, da, da, ja, sehr toll, danke dir, so, ja, so, hier, hier, 2.0, so, eigentlich müsste das jetzt so gehen, ja, so, noch ein Level und dann bekommen wir sicherlich die 5.000, okay, ein erster Zombie, was bedeutet das? Die Zombies haben mich gefragt, ob ich ihnen zeige, wie man in die Häuser überfällt, ich habe zu besagt, solange keine Pflanzen schaden habe, jetzt habe ich ein paar Treppen aufgesungen, sondern viel Spaß, achso, Ich muss erst mal so denken, Die würde ich jetzt mal einlassen und hier Hm? Ja. 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 So ein und ein. Dann machen wir hier noch ein und da noch ein. So, 3 von 15, wie die hier ist, kommen wir jetzt schnell hin, so. Erstmal Geld und ja, wir haben die 5000 erreicht. Die Rätsel machen mir sehr viel Spaß. Noch zweite und dritte und dann, naja. So, dann machen wir erstmal hier so eine hin, um ein bisschen Geld aufzutreiben. Dann muss ich wieder den hier loslassen. So ein, so ein, kommt der hier in die Gehirne, ja. So, ala. Das ist so nicht so ein. Ich hätte jetzt alle Zombies drauf, die ich habe wirklich, damit sie eher schwer hat. So, jetzt hat, haben sie eigentlich geschafft, so. Jetzt machen wir noch das dritte Level. Hier, das dritte Level. Oh, das wird ein bisschen schwerer. Warte. Ich würde hier so einen hinsetzen. Ich würde hier so einen hinsetzen. Hier würde ich dann einen normalen Zombie dann schon hinschicken. Ja, hier auch schon ein normalen Zombie, was schon mal hier hilft. Der kann jetzt nicht explodieren, weil, doch, weil oben ist gar nicht explodieren, okay. Ich würde hier einfach einen normalen Zombie und einen mit Helm und hier einfach einen normalen Zombie und einen mit Helm. So, das muss man sagen, ja, klappt doch. Hier schicken wir nochmal ein Zombie hin. So, dann hat sich die Sache geklärt. Ja, dann haben wir ein bisschen wieder Geld, dann kaufen wir uns die Doppelsonn-Blume-Dingens-Bummen-Star. Und ja. Dann haben wir es drauf. So. Gehen wir mal zurück zum Menü. Wie viele Zombies brauchen wir da noch? Eins, zwei, drei, vier. Vier Zombies. Und pflanzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Weil das sind ja hier Zusatzpflanzen. Noch sieben. Gehen wir mal in den Laden. Ja, wir wollen uns das kaufen jetzt. Haben, äh, nicht laden, sondern... Na ja, sehr langsam ladet es sich auf. So. Egal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann gibt'n Daumen hoch. Und nicht vergessen, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert mich, ist kostenlos. Ja, was soll ich noch sagen? Das Projekt ist bald zu Ende. Und ich, ich starte mal wieder mit, äh, einem Ding, wie heißt es. Mit dem Let's Play Minecraft Together wieder. Und bis dahin noch eine schöne Zeit. Und tschüss. Und du, äh,thinking? Wir sachen mal zum Tre ребята.